Wer erinnert sich an das Thema des Monats? Liebe des Vaters. Wir haben viel über Liebe gesungen, die Liebe des Vaters ist die wichtigste. Es wurde in unsere Herzen ausgegossen. Gott hat seine Liebe bekannt. Er streckte sein Zepter aus, und sagte, in dir ist mein Wohlgefallen. Hier ist Frieden auf der Erde. Ich habe Wohlgefallen an dir. Viele Christen, sie machen sich Sorgen, sie denken viel nach in letzter Zeit, oh, was passiert, oh, wie wird das sein? Und ich denke dann an Bibelstellen, die Jesus sagte, passieren irgendwelche Dinge. Da kommt immer der gleiche Vogel, immer während meines Gebets. Ich habe gemerkt, die ist sehr fett. Und ich habe gemerkt, das ist ein Sperling. Und er war ständig an meiner Nähe. Und ich habe zu Gott gebetet. Und er hat gebetet. Und dann kam mir diese Stelle. Jesus achtet auf Sperlinge. Auf Sperlinge. Еще in Starem Zavete было сказано, wie ein Sperling wegfliegt. Und ein nicht verdienter Fluch wird nicht zur Wirklichkeit. Im Alten Testament schon. Viele Christen. Er sagt, oh, Prokletие моих отцов. Oh, der Fluch meiner Väter. Oh, mir geht es jetzt schlecht. Mein Portemonnaie hat ein Problem. Mein Haus ist verbrannt. Ich kam zu meinem Freund und sein Haus ist verbrannt. Ich habe Angst, umzuziehen. Ich übertreibe ein bisschen. Was passiert weiter? Jesus erzählt von Sperlinge. In Matthäus hat das zweimal erwähnt. Im Kapitel 6 und 10 und er spricht darüber. zwei Sperlinge werden für einen Cent verkauft. Also die heutige Währung. Dwa Wörabья zwei Sperlinge da werden sie gegessen. Sie sind reine Vögel. Man kann sie essen. Sie schmecken gut. Zwei Sperlinge werden für einen Cent verkauft. Und Lukas sagt noch mehr. Er spricht 12, Vers 6, Vers 7. Kapitel 12, Vers 6, Vers 7. Erst 6. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist von Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Also wenn du vier Sperlinge kaufst, bekommst du einen geschenkt. Damals war das so mit Jesus und heute passiert das auch. Je mehr du kaufst, desto mehr Bonusser hast du. Desto günstiger sind die Sperlinge. Aber sie sehen und ernten nicht. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Gott sorgt sich um die Sperlinge und sagt, eure Haare sind alle gezählt. Gott hat deine Haare gezählt. Sag es deinem Nachbarn. Deine auch. Vielleicht schämst du dich, dass du so wenig davon hast. Jemand trägt eine Perücke. Gott weiß, was unter deiner Perücke ist. Du kannst nichts vor ihm verstecken. Er ist über deinem Herzen sogar. Du bedeckst es, damit es keiner sieht. Jemand verbirgt so seine Glatze. Aber Gott weiß, was da drunter ist. Er weiß alles. Amen. Und несмотря auf alles, er liebt dich und sorgt sich um dich. Und nie думest, dass die Verletzung dich so überlebt, dass jetzt alles nun nicht überlebt. Denk nicht, dass der Fluch dich so bedeckt, dass da nichts durchkommt. Gott liebt die Welt so sehr. Er gab seinen Sohn, damit jeder nicht stirbt, sondern ewiges Leben hat. Du bist ein Kind Gottes. Du bist noch höher. Du hast eine Ebene. Du hast sogar Gott als Vater. Und du mit Papa sprichst per du. Zummeet ihr, dass du nicht sagst, Gott, ihr mich jetzt sehen. Du sagst nicht, Herr, sehen Sie mich jetzt. Du sprichst mit ihm per du. Weil er sich sorgt um dich. Hast du schon mal einen Sperling mit kaputten Flügeln gesehen? Alles ist schlecht. Was esse ich morgen? Was passiert jetzt? In Syrien ist es schlecht. Da kommt der Frost. Er lebt einfach. Er lebt einfach. Er lebt einfach. Er hat sich vertraut auf Gott. Wir Christen müssen eine Vogeldenkweise haben. So ein Sperlingdenkweise. Du gehst und lächelst allen. Warum? Weil wenn du nicht auf Gott vertraust, dann kommt Bitterkeit. Es kommt Trauer. Bitterkeit zerstört Knochen. Bitterkeit bringt Krankheit. Bitterkeit bringt Tod. Поэтому очень многие, особенно одинokие, besonders einsame, они переживают, а что теперь, особенно в старости, будет со мной. Бог zаботится о тебе. Gott sorgt sich um dich. Включи воробьинное мышление. Mach deine Vogeldenkweise an. Chirikай себе так. Бог любит меня. Sing, Бог liebt mich. Gott liebt mich. Бог liebt mich. Gott liebt mich. Просто chirikай себе. Sing vor dich hin. Потому что Бог тебя любит. Weil Gott dich liebt. sagt deinem Nachбарн. Бог тебя любит. Gott liebt dich. Меня любит. Mich liebt er. Amen. Почему? Потому что ты особенный у Бога. Ты bist besonders bei Бога. Бог любит тебя, потому что ты у него особенный. Gott liebt dich, weil ты besonders bist. Мы все особенные у Бога. Wir sind alle besonders. Бог специально садкал внутренности наши. Gott hat unsere Innereien gemacht. Charaktery наши. Unseren Charakter. Он даже считается с нашим Charakterом. Er achtet unseren Charakter. один спокойный, другой сильно такой шустрый. Der eine ist ruhig, der andere so flott. Бог даже парует так вот. Мужчину и женщину парует так. Я удивляюсь просто. Ich wundere mich. Как это так получилось, что мы sparывались с женой? Wie kann das sein, dass wir ein пар sind? И я смотрю на Эдуарда с Татьяной тоже самое. И удивляюсь просто. Эдуард и Татьяна и думаю это Gleiche. Ой, слава тебе, Господь. Это так здорово. Это Борщ съели, холодильник пустой, Макароны закончились, и ко мне сегодня гости придут. Что же теперь мне делать? Как мне их кормить? И ты начинаешь переживать сильно. Это Логика тебе говорит. Это deine Логика. И ты включил птичьи мышление. Бог сorgt sich просто позаботиться. И я помню Калгустова Северина. Он рассказывал про себя. Мы были студенты. У нас было килограмм Макароны. Мы hatten 1 кило Нудель. И нам позвонили, мы к вам сегодня придем в гости. Мы вас предупредили. Жена сразу говорит, что теперь делать? У нас всего 1 доллар. Мы только есть Макароны. Он пошел и купил килограмм мясо. Или полкилограмма. Не знаю. Ну, короче, 1 кило Hackfleisch или половое. Он мы делаем Макароны по-флотски. И он говорит, мы благословим это все. Короче, они благословили. Все поели. Когда они ушли, они смотрят, эта кастрюля почти полная. У Бога все готово. Он может умножать, когда ты включаешь птичье мышление, когда ты надеешься на Господа, когда ты просто понимаешь, что надо войти в Субботу, даже если четверг, успокойся, включи просто воробья и ширикай себе на здоровье. Потому что тогда, когда ты веры принимаешь, что Бог тебя любит, просто принять это откровение. Это самое высокое, мощное откровение. Знаете, правоверные это в основном называют себя мусульмане. У них нет откровения, что Бог их любит. Поэтому очень много там нищих. просто ужасно очень плохо живут. Поэтому правоверные это не все хорошо. Годи все делают пять раз в день молятся. много поститься. Все правильно делают. Но нет откровения. Бог любит тебя. Вот что значит Бог любит тебя. Когда ты навеешься на Господа, ты уверен, что Бог тебя любит. Поэтому когда у тебя вера зиждется на любви, потому что Бог тебя любит, нет, не наоборот. Сначала он тебя полюбил. Так Иоанн говорит. У меня нет времени говорить об этом. Но там очень много Иоанн говорит, особенно во 4 главе. Вообще послания Иоанна посвящается любви. И там он объясняет, что любовь это настолько достигает совершенства, что мы имеем дерзновение даже в день суда. Смотрите, правоверный он говорит, я не знаю, спасусь я или не спасусь. Что делает христианин, который знает, что Бог его любит? У него настолько дерзновение происходит. Он говорит, спасусь. какой, какой я есть. Почему? Потому что Бог меня первым возлюбил. Он сначала возлюбил, а потом я ответил, я тоже люблю тебя. И я ответил, я тоже люблю тебя. Ну кто-то должен же первым начинать. Мы очень часто начинаем наоборот. начинаем запрягать лошадь задом наперед. Надо любить друг друга. И мы напрягаемся, я тебя люблю. И мы напрягаемся, я люблю мою жену. Я люблю мою жену. Это неправильно. Это неправильно. Почему? Я не напрягаюсь, люблю ее. Я не напрягаюсь. Просто я ее люблю. Вот и все. И знаете, точно так же, когда Бог любит тебя, тогда ты не напрягаешься, потому что он источник, а ты просто причина. Смотрите, я просто привожу пример. Вот это Бимар. Я zeige вам пример. Это Бимар. А вот это картинка, которую он показывает. Это билд. Вы знаете, не здесь источник, вот тут источник. Согласны вы? Вот то, что мы сейчас видим, это причина. А вот это источник причины. Картина не влияет на эту причину. А причина влияет на картинку. Если мы думаем, мне надо любить, поэтому ты говоришь, можно проверить, любишь ли ты Бога, это другое дело. Но сначала ты с Богом разберешься. Вот с Богом разберешься. Когда ты получаешь это откровение, ты просто получил это, даром получил. Безусловную любовь, бесплатную любовь. Он просто тебя возлюбил, поэтому он мечтал о тебе, послал тебя на эту землю. Ради тебя все вокруг, примеров столько, воробьев, птиц небесных, власточек всяких, для того, чтобы ты любовался, вот это Бог меня любит. Чтобы он даже вокруг меня такую красоту послал. Аминь. Особенно женщин Бог любит. Вы же сотворенные в Раю, это мы. Мы такие дикие немножко, потому что вне Рая сотворенные. Мы прочитайте внимательно Библию, вы поймете, что Adam из-за этого любит под ногтями черное мель. шут именно в Библию, поэтому Ева любит красоту такую всегда. Ева любит die Schönheit, потому что она совсем в другом месте родилась. Это другая тема, потому что Бог любит нас, даже таких разных. Бог не ошибся, что меня вне Рая. так дикого иногда люблю войнушки, ну вот такое. Я знаю, что я когда-то отобрал у своих детей всех пистолетов, они даже из какой-то деревьяшки сделали и стреляли из этой деревьяшки. Я понял, что это его природа, но его тоже Бог любит, со всеми его прибамбасами, экстраси, экстраси. Знаете, как важно нам понять, что он прежде нас возлюбил. И если он нас возлюбил первой, тогда просто-напросто мы понимаем, что все идет от источника. Мы говорим, в законе написано, возлюби Господа своего, всем сердцем своим, всем разумением своим, всем, ну всем, всем, но оказывается не всем разумением, я люблю Господа. mondяне Father, ты все знаешь. В чем раз Бог мне спросил, ты любишь меня? Он говорит, я люблю тебя. Он говорит, ты любишь меня? Он говорит, ты любишь меня? И я сразу про Петра вспомнил. Иначе я про Петру приема в Bryce Petrus sagt rechtzeitig, du weißt alles. Ich liebe ihn nicht mit ganzer Kraft. Ich spende schon zum zweiten Mal und ich habe immer noch Geld. Also nicht mit ganzer Kraft. Ich verurteile mich dafür. Aber ich kann nicht komplett. Aber er hat mich komplett geliebt. Er hat seinen Sohn er hat seine Liebe bekannt durch seinen Sohn. Er sagt, ich sende meinen Sohn Hiob träumte von dem Tag. Seine Freunde sagten, du hast bestimmt gesündigt. Du hast bestimmt was getan und gibst nicht zu. Und er sagte, wenn zwischen mir und Gott ein Vermittler wäre, dann würden wir das klären. Er träumte von einem Vermittler. Wir haben einen Vermittler. Zwischen mir und Gott ist Jesus. Er ist die Gnade für unsere Sünde. Er ist der Fürbitter für uns. Er sagt, Vater, du liebst mich, doch schau mich an. Und du liebst auch sie. Ich sage euch noch eine Offenbarung. Das ist für mich eine große Offenbarung. Gott liebt dich, trotz allem. Amen. Du musst dich nicht anstrengen. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt über zwei Söhne. Schaut, lest euch das zu Hause durch. Lukas 15. Das Himmelsreich ist ähnlich wie der Vater hatte zwei Söhne. Einer ging weg und nahm sein Eigentum mit von dem Vater. Hat den Vater beklaut. Er sagte, ja, kannst du mich noch so lieben? Er nahm das und ging weg. Und er hat es verschwendet. Nun, wie, liebst du mich immer noch? Und es gibt einen anderen Sohn. Ein Gleichnis über den liebenden Vater. Jeder Vater prüft sich. Ich hätte gar nichts gegeben. So habe ich mich geprüft. Dem noch geben. Vielleicht geben, ja. Aber nicht in seine Tasche. Er war noch ein verlorener Sohn. Er sagte, wenn ich mich gut benehme, und alles tue, der Vater wird mich lieben. Schau, Papa, ich bin doch gut. Nun, lieb mich doch. Und dann kommt diese Mine mit der Zeitbombe zu. Und explodiert. Da w конце концов ich habe dir so viel gearbeitet. Du hast mir nicht mal ein Schaf gegeben. Und der? Was machst du ihm nach? Du machst immer was für ihn. Und wer bin ich? Sie sind beide verloren. Der eine hat die Liebe nicht verstanden. Und der andere auch nicht. Er sagt, ich liebe euch doch beide. Das ist doch alles. Meins ist doch auch deins. Ein wichtiger Teil bei jedem Christen ist zu verstehen. Ne напрягайся. Streng dich nicht an. Gott liebt dich. Nichtsdestotrotz allem. Пока du nicht bekommst diese Liebe. Oder diese Offenbarung von der Liebe. Durch die Offenbarung bekommst du Heilung. Du wirst sagen, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Du musst immer wissen, weil Gott dich liebt deshalb bist du durch die Wunden geheilt viele haben keine Heilung weil sie die Liebe des Vaters nicht erlebt haben wenn du das erlebt hast dann sagst du Gott liebt mich und ich habe ein Loch in der Tasche und Gott liebt mich trotzdem auch wenn meine Seite wehtut Gott liebt mich trotzdem keine böse Macht kann dich wegreißen kein Hunger, keine Armut kein Tod du hast eine Offenbarung vom Vater und die Offenbarung vom Vater Sohn, Tochter, ich liebe dich das ist die höchste Offenbarung die du erleben musst in deinem Leben wenn du das erlebst du пойmest dann arbeiten Dary правильно dann wird der Glaube durch Liebe bewegt ohne das vielleicht bist du begabt du hast viel getan aber ohne Liebe die Gemeinde in Korinth sie hatte alles sie hatten keine Mängel an Gaben aber sie hatten Sünde sie waren Ehebrecher sie waren geizig Paulus sagt in eurem Herzen ist es eng ihr habt eigentlich genug ihr habt Geld aber ihr gebt niemandem warum ihr verfolgt nur die Gaben ihr verfolgt nur die Gaben ihr verfolgt nur die Gaben seid eifrig nach den Gaben Gottes ich gebe euch einen höheren Weg und dann erklärt im nächsten Kapitel das ist die Liebe das ist der beste Weg was bringt es wenn du Glauben hast aber es ist nicht Gottes Glaube es gibt auch nicht Gottes Glaube durch den Glauben du kannst trocknest du Menschen aus du verfluchst sie du schaust sie an und machst den Bösen nicht die Weisheit von oben wenn du die Offenbarung der Liebe bekommst hast du eine ganz andere Liebe es ist eine ganz andere Liebe es ist eine ganz andere Liebe friedliche послушliche gehorsame du schaust nicht wie viele Bönuse du bei Gott gesammelt hast was hast du für Gott getan du bist in der Familie Gottes du tust es einfach weil Gott es dir geöffnet hat und du tust einfach sag Amen mit mir zusammen wenn du die Liebe nicht bekommst du bist unter dem Gesetz dann bist du unter dem Gesetz Apostel Paul сказал du bist nicht unter dem Gesetz und wer nicht unter dem Gesetz dabei ist der bekommt keinen Lohn ein kurzer Fall bevor ich zu Ende komme jemand kennt den Fahrradfahrer Lance Armstrong ich habe das in der Pause erfahren Lance Armstrong er war siebenfacher Weltmeister Fahrradfahren keiner war höher als er er hat Goldmedaille bekommen Geld Ehre alles hat er bekommen vollem Maß er war so dominant er hat auf die Menschen gedrückt aus seinem близigen окружения hat er jemanden ziemlich sehr genervt und er hat sein Geheimnis gelüftet er hat gesagt er hat Doping genommen und was passiert alles was er verdient hat war bei null alles herrlichkeit war weg es kam Medaillen weg Geld weg und die Amerikaner schämen sich für ihn warum weil er nicht nach dem Gesetz war wenn du keine Liebe hast wenn du ein Rechtgläubiger bist du betest zu viel aber hast keine Liebe du bist leer du hast keinen Nutzen schrecklich oder? es ist Mut du soll dir Mut machen bekommst die Liebe die Offenbarung glaub einfach dass Gott dich liebt in der Familie Gottes wird alles durch Liebe gemacht du musst dich nicht anstrengen hat Pastor mich auf dem Bau bemerkt du arbeitest einfach weil du das möchtest und du merkst wenn du arbeitest dann geht es dir so gut du bist so fit und auf dem Herzen geht es dir gut meine Frau erzählt wenn sie da Essen verteilt dann will man gar nicht weggehen sie findet immer einen Grund oder etwas da zu tun sie erlebt Salbung das ist es sie will einfach dabei sein und ich denke wann will sie denn nach Hause gehen ich bin schon fertig und sie oh warte die Toilette muss geputzt werden jedes Klo muss geputzt werden du willst doch Köchen ja so passiert was ich schaue viele Brüder an die machen das vom Herzen Waldemann-Lenz Waldemann-Lenz hast du zu Hause nichts zu tun deine Frau liebt dich doch auch und schon wieder ist er da er macht sich Sorgen ob alles gut wird viele machen das ohne Anstrengung weil Gottes Liebe die fließt aus uns und ich mache das einfach ohne Anspannung das war's wenn keine Liebe da ist hast du immer einen Grund deshalb gehe ich da nicht hin in die Gemeinde gehe ich nicht da ist keine Liebe bekomm die Liebe von Gott nicht das ist der Grund da ist der Grund получi от Богa любов bekomm Liebe von Gott und du wirst Geheimnisse mit Gott haben man wird dich vom Gebet nicht abreißen können Gott, ich hab das noch nicht erzählt Gott sagt, ja, ich weiß, ich weiß давайте мы поднимемся lasst uns auf ich weiß, ich weiß, ich hab das noch nicht